Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und ich nutze den heutigen Feiertag, um doch noch eine STR-Folge vor dem nächsten Heimspiel am morgigen Freitag gegen Eintracht Frankfurt aufzunehmen. Ja, eigentlich wollte ich schon am Sonntag direkt nach den Auftritten von Reschke und Dietrich bei den morgendlichen Idioten-Stammtischen aufnehmen. Es hätte mir und euch aber vermutlich keinen Spaß gemacht, sich nochmal über den gleichen Bullshit aufzuregen, über den man sich zuvor schon auf Twitter und anderen sogenannten sozialen Kanälen ausgekotzt hatte. Also habe ich es gelassen, ich werde zu den Auftritten später dennoch was sagen, ich habe das Ganze sacken lassen und werde nachher noch ein paar Punkte aufgreifen. Loslegen möchte ich aber mit dem Spiel in Hoffenheim. Weinzierl beginnt erwartungsgemäß mit einer Fünferkette, Maffeo und Insua sollen bei Ballbesitz ins Mittelfeld aufrücken und dort dann Askasiba und Gentner unterstützen. Tommi spielt zentraler als unter Korkut und ist zunächst klar offensiv ausgerichtet. Vorne spielen Gomez und Gonzalez und man muss sagen, der VfB beginnt nicht schlecht. Es gibt sogar die große Chance für Gomez. Gut, ich könnte mich natürlich jetzt darüber aufregen, dass ein Spieler wie Mario Gomez diese Chance nutzen muss, aber lassen wir das. Mario ist einer der wenigen Spieler, die in dieser Saison bislang ansatzweise Normalform erreicht haben und mir gefällt auch die Körpersprache von Gomez auf dem Platz. Die Interviews sind okay und in der aktuellen Situation gibt er noch das beste Bild beim VfB ab, also Schwamm drüber. Der Knackpunkt war natürlich die rote Karte für Emiliano Insua. Für mich ist die Karte vertretbar, auch wenn ich mir natürlich gewünscht hätte, Schiedsrichter Willenburg hätte Insua nur verwarnt und klargemacht, dass er sich heute nichts mehr erlauben darf. Für uns war es natürlich das Dümmste, was passieren konnte. Ich will jetzt auch gar nicht anfangen, das Spiel komplett zu besprechen, geschweige denn zu analysieren. Ein bisschen was will ich aber trotzdem noch sagen. Die erste Halbzeit hat sich der VfB Stuttgart durch Kampfgeist und Einsatzbereitschaft den 0-0-Halbzeitstand verdient. Mir ging es aber so, dass ich dachte, sobald die Hoffenheimer hier eine Kiste machen, ist das Ding durch. Dass wir dann gleich vier kriegen, habe ich natürlich nicht gedacht. Ich denke mal, dass die TSG auch davon profitiert hat, dass es nochmal ein rotwürdiges Foul von Santi gab. Das wurde ja auch nochmal vom VHR überprüft. Der Schiedsrichter hat sich nach Überprüfung dagegen entschieden, hier nochmal rot zu zeigen. Trotzdem hatte das Foul zur Folge, dass Grilic ausgewechselt werden musste. Und so blöd das auch für den Jungen ist, es half der TSG am Ende. Weil der Eingewechselte dem hierbei den Hoffenheimern die fehlende Kreativität und die Zielstrebigkeit brachte, die es zuvor im Spiel aus meiner Sicht nicht gab. Er war für mich, also dem hierbei, der entscheidende Faktor, dass Hoffenheim dann mit letzter Konsequenz auf unser Tor gespielt hat und auch erfolgreich war. Für uns ist es auch immer schlecht, wenn Aska Sieber sich im Mittelfeld mit seiner Zweikampfführung zurückhalten muss. Dadurch bekommt der Gegner mehr Zeit im Mittelfeld und es fehlt einfach in den Zweikämpfen dann an Härte. Gentner kann diesbezüglich nicht mehr mithalten, wenn er es überhaupt jemals konnte. Für mich ist Gentner in der Zentrale auch eher eine Last als eine Hilfe. Es ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass Weinzier ihn wieder in die Mitte stellt. Vielleicht fehlen ihm aktuell auch die Optionen für die Zentrale, aber ich hätte es ganz reizvoll gefunden, Berkay Ötja mal für den Beginn anzubringen. Ich weiß, er ist kein Sechser, aber als Achter sehe ich ihn stärker als Gentner. Ja, die Gegentore fallen eigentlich wie immer. Das 0 zu 1 war cool vorbereitet von Nelson. Die anderen drei wurden von uns entweder cool vorbereitet oder einfach cool bestaunt. Anders kann ich es letzten Endes gar nicht sagen. Also da fehlte es zeitweise fast allen Spielern an der nötigen Ernsthaftigkeit auf dem Feld. Ich weiß, das hängt mit dem mangelnden Selbstvertrauen zusammen. Das hört man ja immer mal wieder. Aber dennoch erwarte ich einen gewissen Mindesteinsatz. Und wenn man Fehlpässe wie ein Blinder spielt, dann reicht mir die Erklärung mit dem mangelnden Selbstvertrauen auch nicht mehr aus. Zum Thema Mindesteinsatz vielleicht noch was. Das große neue Thema ist ja, die Mannschaft ist nicht fit. Ich mag mich täuschen, aber von dem ein oder anderen Medienvertreter, der jetzt den Fitnesszustand der Mannschaft bemängelt, konnte man im Sommer noch lesen, wie hart das Trainingslager in Krasau doch sei und wie topfit die Mannschaft jetzt ist. Gut, jetzt erkennt natürlich das geschulte Auge, die Mannschaft ist nicht fit genug. Michael Reschke bestätigte das mehr oder weniger sogar bei Wontorra. Da muss ich nochmal kurz was sagen. Was für ein Arschloch muss man eigentlich sein, um den unrühmlich entlassenen Trainer nachträglich noch so ans Kreuz zu nageln? Micha, die Frage geht an dich. Zurück zum Fitnesszustand. Wenn ich die Mannschaft sehe, erkenne ich nicht als erstes fehlende Fitness. Ich sehe eine verunsicherte, führungslose Truppe, die sich auf dem Platz taktisch nahezu absurd verhält. Das kann man dann durch mangelnde Fitness erklären. Ich vermute aber, dass auch hier das fehlende Selbstvertrauen den größten Anteil ausmacht. Im Dieter-Cast habe ich am Dienstag gesagt, selbst ein dicker, unsportlicher Mann schafft es in kürzer Zeit problemlos, 10 Kilometer zu laufen. Also die wenigen gelaufenen Kilometer, die oft als Indiz für mangelnde Fitness aufgerufen werden, sind für mich noch kein Beleg dafür, dass unsere Spieler konditionell schlecht vorbereitet wurden. Zumal man in Hoffenheim über 80 Minuten zu zehnt auf dem Platz stand. Das führt automatisch dazu, dass du am Ende 8 bis 10 Kilometer weniger auf der Uhr hast. Also wenn einer der Stuttgarter Top-Journalisten der Meinung ist, die Laufleistung im Spiel gegen Hoffenheim wäre ein Beweis für mangelnde Fitness, Bullshit, das ist Populismus. Hoffenheim kam auf 113,2 Kilometer, der VfB auf 102,7 Kilometer, also 10,5 Kilometer weniger. Das ist für mich nachvollziehbar. Noch was zum Thema Fitnesszustand. Neben Typhoon Korkut gab es weitere Trainer, allen voran unser Athletiktrainer Matthias Schiffers, die die Leistungsdaten der Spieler kontrollieren. Dazu haben wir Spieler in der Mannschaft, die nicht zum ersten Mal Teil einer Bundesliga-Vorbereitung waren. Von den Leuten würde ich erwarten, dass sie nicht zuletzt aus Eigennutz bei dem Verdacht, die Vorbereitung wäre zu lasch oder die Kondition nicht ausreichend, zumindest intern Alarm schlagen. Vielleicht noch ein Grund, warum ich bei dem Thema Fitnessmangel noch nicht anbeiße. Das ist der Thema Saisonzeitpunkt. Wir haben gerade mal den neunten Spieltag hinter uns. Fitnessprobleme, die durch schlechte Vorbereitung zu erklären wären, treten doch eher nach zwei Dritteln einer Halbserie auf. Und von mir aus im Spiel kann man dann Konditionsschwächen daran erkennen, dass die Teams nach 70 Minuten nicht mehr mithalten können. Wir hingegen können ab der ersten Minute nicht mehr mithalten. Und das liegt aus meiner Sicht nicht an der Fitness, sondern eher am mangelnden Tempo. Zu Beginn der Saison habe ich getwittert, dass Stuttgart neben Freiburg in der Bundesliga die wenigsten Spieler im Kader hat, die schneller als 33 kmh sprinten. Das ist halt ein Fakt. Wenn dir deine Gegner immer davonlaufen, wird es selbst für den konditionell besten Spieler schwer hinterher zu kommen. Dass uns Topsprinter fehlen, kann man übrigens ganz leicht im Kicker nachlesen. Da gibt es die Daten. Michi, guck mal rein. So hätte man vielleicht auch sehen können, dass dem VfB neben Geschwindigkeit vielleicht auch noch ein guter Spieler fürs rechte Mittelfeld fehlt. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass der eh schon abgeschriebene Akodo jetzt die Rettung für die rechte Seite werden sollte in der neuen Saison. Oder, Michael Reschke? Sollte er es werden, dann hast du dich an dieser Stelle offensichtlich mal wieder verkalkuliert. So, jetzt fehlt es unserer Mannschaft also an Tempo. Fuck that. Du kannst Geschwindigkeit nicht einfach so verbessern. Ein paar Zehntel kann man mit Sicherheit hier und da den ein oder anderen Spieler noch schneller machen. Uns fehlt aber eindeutig mehr. Und damit möchte ich zu einem anderen Thema überleiten. Nämlich mögliche Verstärkungen zur Winterpause. Für neue Spieler ist unser Almighty Reschke zuständig, der sich am Sonntag mal wieder bei Vontora blicken ließ. Ich habe es ja vorhin kurz angesprochen. Also zu Reschke und seinen Interviews will ich eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Aus meiner Sicht kommt er immer dümmer rüber, als er eigentlich ist. Und deshalb würde ich mich an seiner Stelle nicht unbedingt vor jedes Mikrofon stellen, das mir entgegengestreckt wird. Man kann auch mal absagen, vielleicht mit der Begründung, dass man aktuell viel Arbeit vor sich habe. Und das Wohl und die Zukunft des eigenen Vereins, über dem der Comedy-Show von Vontora steht. Das Nachgedrehte gegen Korkut finde ich persönlich einfach nur peinlich und eines Sportvorstands nicht würdig. Korkut hat dir im Frühjahr noch den Arsch gerettet. Und dazu kommt, dass mögliche zukünftige Trainerkandidaten genau sehen, wie du dich aktuell gegenüber einem Ex-Trainer verhältst. Mein Lieblingsgast am Sonntag war allerdings Wolfgang Dietrich im Doppelpass. Holy Shit. Neben Dietrich hat sich die Dragqueen des deutschen Fußballtalks auch noch Oliver Trust eingeladen. Dessen Mission es offensichtlich war, alle Tweets der letzten Jahre dem guten Herrn Dietrich vorzulesen. Genau das war das Hauptproblem bei Trust. Zwischen vielen wirklich interessanten Ansätzen mischten sich aber auch immer wieder völlig wirre Gedanken. Ein paar Dinge will ich ansprechen. Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der Vorwurf, dass Michael Reschke in der Kabine Ansagen während der Halbzeit macht. Angeblich war Reschke beim Spiel gegen Düsseldorf vor Korkut in der Kabine, um der Mannschaft, ich sag jetzt mal, den Kopf zu waschen. Wenn das wirklich der Fall gewesen ist, ist Reschke für mich nicht mehr tragbar. Eigentlich ist er schon aufgrund seiner Außendarstellung nicht mehr tragbar. Aber sei es drum, wenn ein Sportvorstand der Meinung ist, während der Halbzeit noch vor dem Trainer in der Kabine Ansagen zu machen, dann gehe ich davon aus, dass dieser Sportvorstand seinem Trainer entweder die Aufgabe nicht mehr zutraut oder mit dessen Arbeit nicht zufrieden ist. In beiden Fällen muss der Sportvorstand aus meiner Sicht eigentlich handeln. Das heißt, er muss den Trainer beurlauben. Dazu würde übrigens das Gerücht passen, dass Reschke schon seit dem Düsseldorf-Spiel mit Weinzierl im Kontakt stand. Gut, Trust meinte aber, dass Reschkes Auftritt in der Halbzeit des Düsseldorf-Spiels keine Eintagsfliege war. Reschke war mehr oder weniger Dauergast in der Kabine, sagt jedenfalls Oliver Trust. Ich kann das schlecht jetzt hier nachkontrollieren, ob diese Beschuldigungen zutreffen oder ob das einfach nur an den Haaren herbeigezogen ist. Ich habe sowas bislang auch nur von Oliver Trust gehört. Andere Medien, andere Journalisten haben sich diesbezüglich nicht positioniert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich persönlich schließe also daraus, dass Reschke schon lange nicht mehr mit der Spielweise von Korkut einverstanden war. Dietrich hatte sich tag zuvor bei Sky dazu übrigens auch geäußert. Patrick Wasserzieher fragte Dietrich nämlich, ob Typhoon Korkut, was die Spielweise angeht, beratungsresistent gewesen sei. Dietrich meinte darauf nur, das haben sie jetzt gesagt. Für mich ein klares Fuck yeah und da frage ich mich natürlich, welche Experten neben Reschke sich noch in die tägliche Arbeit des Trainers eingemischt haben. Für Spieler muss das ein Paradies sein. Wenn der Trainer dich nicht berücksichtigt, springt dir der Präsident und der Sportvorstand zur Stelle und bemängelt den Mut an der Offensive. Wir haben jetzt zweimal gesehen, was passiert, wenn der VfB versucht mitzuspielen. Vielleicht war also nicht Korkut der Tor. Man könnte auch das alte Sprichwort auskramen, wer ist der größere Tor? Der Tor oder der Tor, der ihm folgt? Um das abzuschließen, wenn Reschke schon länger nicht mehr damit einverstanden ist, was der Trainer so macht, ihn aber weiter gewähren lässt, könnte man sagen, er habe fahrlässig gehandelt. Das und die ständige Lügerei werfe ich ihm vor. Punkt. Und für mich sind das auch genügend Gründe, um sich von ihm zu trennen. Einen so guten Kaderplaner kann es auf der Welt gar nicht geben, dass ich bereit wäre, mir so eine Scheiße weiter anzuhören. Ein weiterer Punkt, den Trust angesprochen hat, war die mangelnde Fachkompetenz im Aufsichtsrat und im Präsidium, beziehungsweise auf Vorstandsebene des VfB. Hier mache ich es kurz. Wen juckt es, wer im Aufsichtsrat, im Präsidium oder im Vorstand sitzt, wenn am Ende ein Mann die Entscheidung trifft? Und das komplett ohne Rücksprache. Guido Buchwald war am Tag nach Korkuts Entlassung überrascht über den Rauswurf. Er war sogar der Meinung, dass der Rauswurf zu früh kam. Ich gehe also davon aus, dass Guido Buchwald zusammen mit mir über die Korkut Entlassung informiert wurde, und zwar am Sonntagmorgen via Mail. Und das ist exakt das Problem. Wir können uns 100 Ex-Spieler aus 20 Epochen an die Mercedes-Straße setzen. Wenn deren Meinung nicht berücksichtigt wird, nein, noch nicht mal eingeholt wird, ist das Ganze für einen Arsch. Und es ist für einen Arsch. Dietrich und Reschke geben einen Fick auf Buchwald, auf Ohliger oder sonst wen. Sie entscheiden und fertig. So war es und so bleibt es. Danach treten sie vor die Kameras und lügen uns wieder in die Fresse. Dietrich sagte Sonntagabend im Sport in Dritten, die Korkut Entlassung wäre eine einstimmige Aufsichtsrat- und Präsidiumsentscheidung gewesen. Wie kann es dann sein, dass Guido Buchwald bei einem Interview am Montag davon spricht, dass er über die Entlassung überrascht sei? Wie, Herr Dietrich? Wie? Ich sag's Ihnen, weil Sie lügen. Und zwar häufiger, als Sie die Wahrheit sagen. Und so jemand ist eine Schande für das Präsidentenamt des VfB Stuttgart. Wenn Sie etwas mehr Klasse hätten, würden Sie das selber erkennen und Ihr Amt niederlegen. Sie und Michael Reschke beschmutzen diesen Verein. Und das aus purer Machtbesessenheit. Hauen Sie ab! Lassen Sie uns in Ruhe! Wir kriegen das auch ohne Sie beiden hin! So, ich glaube, ich breche das Dietrich-Reschke-Segment an dieser Stelle ab. Sonst ist das der vierte Aufnahmeversuch, den ich abbrechen muss. Also bleiben wir sportlich. Morgen steht ein weiteres schweres Spiel gegen Eintracht Frankfurt an. Wenn die gegen uns ins Rollen kommen, halte ich eine weitere Klatsche für durchaus möglich. Sie sind schneller als wir, strotzen vor Selbstbewusstsein und haben natürlich auch noch die unglückliche Niederlage zu Beginn des Jahres im Hinterkopf. Da, denke ich mal, wird schon noch der ein oder andere Spieler eine offene Rechnung mit uns begleichen wollen. Es wäre für uns enorm wichtig, gegen Frankfurt früh in Führung zu gehen oder überhaupt mal in Führung zu gehen. Auf jeden Fall sollten wir tunlichst kein Gegentor fangen. Sonst könnte es heftig werden. Taktisch würde ich persönlich Hütters System spiegeln, sprich 3-5-2. Hinten führt kein Weg an Baumgartel, Badstuber und Pavard vorbei. Für Kempf käme ein Startelf-Einsatz vermutlich noch zu früh. Links haben wir nach Insuas roter Karte und Sosas Verletzungen die größten Probleme. Aogo ist eine Option, klar. David Grötzinger von der U21 wäre auch eine Möglichkeit. Er steht im Kader. Ich kann aber nicht einschätzen, ob er die Qualität für die Bundesliga mitbringt. Vielleicht hilft uns aktuell ein unbekümmeter junger Spieler auch weiter. Das ist immer schwer abzuschätzen. Es kann natürlich auch in die Hose gehen, siehe Brun Larsen gegen Schalke. Ich kann mir vorstellen, dass Weinzierl hier aber das Risiko eingeht und Grötzinger bringt. Und ich hätte damit auch kein Problem. Santi auf der 6 ist klar. Und dann hoffe ich auf Berkay Ötjan und David Kopacz. Fuck it. Mach was Irres. Castro und Gentner hatten ihre Chancen und haben maximalen Scheißdreck gespielt. Grüße nach München. Sapay ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Er wurde ja zuletzt auch von Weinzierl berücksichtigt. Castro saß nach seinem Katastrophenspiel gegen Dortmund in Hoffenheim 90 Minuten auf der Bank. Ich hoffe, dass Gentner nach seinem Auftritt in Sinsheim ähnlich sanktioniert wird. Es wird Zeit für Gentner. Schlechter als Castro und Gentner zuletzt können aus meiner Sicht Sapay und Ötjan und auch Kopacz nicht sein. Im Sturm spielt mein Kapitän, der jetzt auch gerne die Binde für immer tragen darf, nämlich Mario Gomez. Und neben ihm würde ich gerne mal Shadrack Akulo von Beginn an sehen. González spielt zuletzt extrem unglücklich. Vielleicht kann er später nochmal von der Bank was bewegen. Meine Hoffnung mit so einer Aufstellung wäre, junge Spieler, die unbekümmert und vielleicht auch mutiger sind, eine Chance zu geben. Vielleicht bringen sie durch die erhaltene Chance, von Beginn an spielen zu dürfen, Selbstvertrauen in die Mannschaft. Vielleicht geht es auch schief und wir fangen uns die nächste Packung. Den jungen Spielern würde ich es aber irgendwie verzeihen. Ich bin der Meinung, es ist jetzt wirklich Zeit, etwas Grundlegendes zu verändern und nicht nur immer Spieler von rechts in die Mitte zu schieben oder von mir aus welche von links hinten nach links vorne zu positionieren. Es muss jetzt was passieren. Okay, ich glaube, ich konnte soweit alles loswerden, was mich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Entschuldigt bitte den kurzen Ausraster, aber der gehört auch manchmal dazu. Ich kann euch versprechen, der Ausraster oder die Ausraster, die ich in den ersten drei Aufnahmen hatte, waren definitiv schlimmer als das, was ihr zu hören bekommen habt. Danke für die Therapiesitzung an dieser Stelle. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn ihr Feedback für mich habt, könnt ihr mich auf Twitter unter at vfbstr erreichen oder ihr schickt eine Brieftaube. Bis dahin, tschüss.